Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Insight und diesmal geht es um Battlefield 4 und zwar um den Phantom Adeptor. Und wie man das wohl bekommt, ist ganz einfach. Ich würde euch gerne den Auftrag zeigen, aber momentan ist die Spielstatistik-Engine offline. Keine Ahnung, was da los ist. Auf jeden Fall geht ihr auf die Bestenliste und dann gibt es ja hier unten links diesen Totenkopf. Da einfach draufdrücken, dann geht es auch schon los. Diesmal müssen zwei Passwörter eingegeben werden und nach langer Zeit ist es dann auch endlich mal geknackt worden. Und es war diesmal wirklich wohl knüppelschwer, das Passwort herauszufinden, dass sogar DICE-Mitarbeiter nachher mitgeholfen haben oder Tipps gegeben haben. So, wenn das hier jetzt soweit eingegeben ist, wenn man zu dieser Sicherheitscode-Abfrage kommt, muss man zwei Sachen eingeben. Einmal hier die Zahl 24344241893 und Random. Ich habe jetzt nur die Zahl eingegeben. Ich weiß jetzt nicht, ob ich noch Random eingeben muss. Auftrag freigeschaltet. Freischaltphase abgeschlossen. Das habe ich noch vergessen einzugeben. So, bitte warte auf weitere Anweisungen. Alles klar. Und somit hat man den Phantom Adepten freigeschaltet. Ja, und das war es mit dem kurzen Video. Mehr gibt es eh nicht zu sagen. Das einzigste, was es noch zu sagen gibt, dass DICE wohl mit Hochdruck an einem neuen Patch arbeitet, der ziemlich groß sein soll und sehr viele Änderungen mit sich bringt. Ähm, unter anderem, äh, Waffenbalance, äh, Fahrzeugbalance, wie auch Änderungen, zum Beispiel beim Bindeglied, äh, wird die Zeit auf 20 Minuten gestellt. Bei Rush würde es auch Änderungen geben. Äh, wenn ich was genaueres weiß, würde es darüber auch einen Insight geben. Das war's jetzt erstmal für, äh, den Phantom Adepten und, äh, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bin raus. Tschau, tschüss.